Die edle Spur Wie, ihr Freunde, die Fußspur von allem, was da läuft, in des Elefantenfußspur Platz findet und des Elefantenfußspur für die Höchste von allen anderen gilt nach ihrer Größe, so finden auch ihr Freunde, welche heilsamen Wesenheiten es immer gibt, alle ihre Zusammenfassung in den vier edlen Wahrheiten. In welchen Vieren? In der edlen Wahrheit vom Leiden, in der edlen Wahrheit von der Entstehung des Leidens, in der edlen Wahrheit von der Aufhebung des Leidens und in der edlen Wahrheit vom Wege zur Aufhebung des Leidens. Untertitelung des ZDF für funk, 2017